Und das Kabel hat mich gefangen, ich komm nicht weg. Sonst besetzt das Flugzeug nicht, es geht raus. Das geht nicht, ich bin drauf. Ja, Zuschauer, Zuschauer. Geht nicht. Ja, sowas hab ich auch noch nicht erlebt. Ich werde nicht abbrechen. Du kannst das dreiseilig fangen, ich hab das doch. Also, keine Ahnung, als die ringen fest, ich hab's hier nicht losgekriegt. Ach ja, aber übrigens, das Deck ist vordereinig. Hab ich dich eigentlich ausgeschossen oder hab ich gerade? Nein, Alter, wie geil. Nee, ich war noch drin, als ich reingeknallt bin in die beiden. Du bist so hoch. Dann geh ich halt runter. Au, 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 fuck. Kabo. Sehr nice. Ja, ja.